Oh, komm mal! Ey! Da unten läuft ein Jäger, oh Mann! Oh! Ich war beschossen von hinten! Prodient! Scheiße! Da müssen wir heute noch 7 Leute killen mindestens! Nutzt alles nichts! Ach, und die Fliegel schrauben 10 nicht! Warum nicht? Weil ich erst 24 habe! Na, was musst du denn töten? Kranz oder was? Kranz, ja! Na, da zählen die nicht! Warte mal! Na, die wird zu schweine vorlaufen! Fahrten, warte, warte! Links! Und nicht! Warte! Was denn? Was war das? Ich glaub es auch nicht so mit! Waren das Höllnwunder? Waren das Höllnwunder? Ich weiß auch nicht, Job einbrauch nicht, dass die Bilder waren! Oh ja, schlampt ein Flieger rum! Ich schlampt ein Flieger rum! Ich schlampt ein Flieger rum! Ich schlampt ein Flieger rum! Du bist nicht immer heruntergekommen! Und von dort könnte ein Flieger kommen! Ich schlampt den Flieger rum! Ich schlampt die Flieger rum! ne ist nicht doch vielleicht auf der anderen seite ne aber das hätten wir ja wahrscheinlich schon krabbeln gehört schon mal ja Ja. Oh Raben. Scheiße. Dämliches Mistvieh. Oh, jetzt sind die Raben noch. Oh, ich diese Pferde hasse, Alter. Ja. Weißt du, die teilweise aus, die nur zweigeteilt sind. Mhm. Und dann ziehst du bloß den Kopf und dann weißt du nicht, bist du jetzt eins oder nicht. Aber ich glaub, da ist noch mal einer, oder? Ja, der Braut. Das ist ein zweigeteilter, oder? Ja, da ist ein Braut hier vorne. Raben. Linkse bitte. Thank you. What? Doe! group unter Jessica Central Okay, also nicht. Vielleicht... Vielleicht in der anderen Hütte da drüben noch. Obwohl, da war die Narnie drin, oder? Oh, komm mal. Ey. Da unten läuft ein Jägermann. Das riecht zu mir. Wo, erst drüben reingerannt. Scheiße, ich hatte ein schönes Schussfeld. Komm, die holen wir uns. Ich hoffe, die kommen ja wieder raus. Ja, da sind sie. Nee, nee, wo bist du denn? Boah, fuck. Ich habe eins. Ist der noch drin? Keine Ahnung, ich sehe den nicht. Wahrscheinlich auch. Hier, tu mal rechts, hinter. Hinten lang. Von oben, also wie? Oh, da kommt er. Wo ist er? Er ist ein Kumpel retten. Oder ist das ein anderer? Ja, da muss ich nicht mehr das Midi-Captop tun. Ja, das ist doch hinter mir raus. Einer läuft auf dem Dach um. Oh, ich war beschossen von hinten. Oh, ich bin fast tot. Das sind zwei andere Jäger. Oh, fuck, du bist noch drin. Schroder. Oh, ich bin fast drin. Oh, ich bin fast drin. Gut, ich hab ihn. Du musst ihn halten. Mhm. Von wo? Von vorne. Achtung, er kommt hinten rum. Oh, fuck it, jetzt gibts doch nicht ab. Wenn du nicht vergisst, dann hab ich halt den kompletten Cut. Puh, Alter, das war eine Ballerei, Alter. Alter, wie viel Jäger waren denn jetzt hier, Alter? Ich fasse es doch ja auch nicht. Also sechs waren wir mindestens. Ey, was war denn das, Alter? Das habe ich ja noch nie erlebt. Ich darf nicht ausspreisen. Das ist wirklich, ich will mir um die Gießen und rei wiss ich dann. Naja, 530 Punkte. Zwei Jäger. Ja, ist doch schön, da habe ich was für meine Wöchentliche getan. Mal, lass mal gucken. Fortschritt. Siehst du, das bräuchte ich noch 5 Jäger. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.